Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS17 hier auf unserem Map der Stappenbach zusammen mit dem Hoshi der hier gerade versucht gleich abzutanken und mit Alpharobbe. Wird ja nix. Ei, ei, ei. Na egal. Denn da hinten. Ich habe erst 80. Das geil aus. Das geil aus. So, wir sehen uns wieder da. Wir müssen uns noch einmal fahren. Da ist er schon wieder voll. Da ist er schon wieder voll. Ich hab doch noch gar nichts gefunden. Oh. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. 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 Okay. Mist. Blau ihn. Bisschen klinger. Start. Gut. Holt mir die Sehmaschine. Was wollen wir denn da sehen? Ah, irgendwas hat. Du. Du. Gute Preise. Soja bohnen. Umloben. Können wir ja Soja rauf machen. Soja geht immer. Jo. Immer dieser stark frequentierte Weg da durch das Haus. Ja. Ja ziehst du immer so schön an den Reifenspuren. Reifenspuren ne ja. Hm. Muss glaube ich erst mal ein bisschen Dünger rüberfahren. Ja gut, weil der LKW ist auch schon fast. Ja. Warte. Mal so paar Literchen da rein gekippt. Saatgut brauchen wir ja nicht ganz so viel. Warte. Sonderbunion. Mh, warum will der denn nicht auffüllen. So quer dazu fahren. Rückwärts fahren. Wo der sich grad wechselt. Ja. Ja. Lässt sich am besten machen. Ne. Ok, der läuft. Ich bin heute angenommen. Das ist die Rehe, die Tänung liegt weiter. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist, weil ich den Server gekündigt hab. Garantiert. Das war's. 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 Das war's.